Wir freuen uns jetzt erst mal auf die nächsten Stunden, liebe Patienten und Angehörige mit Ihnen. Und Jochen Kröner hat es gerade schon gesagt und Frank Giordano auch, patientennahe Themen, das ist also der Titel unseres ersten Panels, Diagnose Hirntumor, wie behalte ich die Lebenslust? So, grundsätzlich, klar, ich kann mir das ja nur irgendwie vorstellen, wie es ist. Man erhält eine schwere Diagnose und dann lautet diese auch noch Hirntumor, nicht heilbar. Das ganze Leben steht von heute auf morgen völlig auf dem Kopf. Nichts ist mehr so, wie es einmal war. Man ist sicherlich gar nicht in der Lage, überhaupt einen klaren Gedanken zu fassen. Die wahrscheinlich größte Herausforderung im Leben. Und jetzt soll ich also auch noch an, ich sage mal, optimistische Dinge nachdenken, wie zum Beispiel Lebenslust und wie ich diese behalte, stelle ich mir sehr schwer vor. Und das diskutiere ich jetzt in den nächsten 45 Minuten mit einmal Elisabeth Hofner. Sie hat ihre Tochter vor zwei Jahren an einem Gehirntumor verloren. Dann mit dabei Christina Demmerle, sie ist Psychologin und Leiterin der psychosozialen Beratung der Berliner Krebsgesellschaft. Und dann haben wir noch mit dem Kopftuch Sabina Hangelstein. Sie bekam letztes Jahr die Diagnose Glioblastom. Ihnen dreien erst mal herzlich willkommen. Und super, dass Sie heute mitmachen bei diesen sehr, sehr sommerlichen Temperaturen. Alle hier vom Bildschirm sitzen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Hallo zusammen. So, jetzt weiß ich nicht, ob nur ich es so sehe. Ah, da ist die Frau Hofner. Gut, ich hatte Sie schon fast vermisst am Bodensee. Frau Hofner ist nämlich gerade am Bodensee im Urlaub, aber da ist sie wieder. Also schön, dass wir jetzt... Wenn wir uns treffen, ich bin auch am Bodensee, Frau Hofner. Ich bitte? Am Großglockner, am Fuß des Großglockners bin ich. Pardon, sehen Sie, habe ich durcheinander bekommen. Frau Hangelstein geht es schon auf mich. Also Frau Demmerle, ich fange mit Ihnen gerne mal an und möchte mal sagen, was Sie so alles machen. Sie sind also Psychotherapeutin, Psychoonkologin und Organisationspsychologin. Nehmen Sie uns mal mit, was bedeutet das eigentlich überhaupt? Mit wem arbeiten Sie und wann beziehungsweise kann ich Sie aufsuchen oder sollte ich Sie aufsuchen? Ja, das ist ja sehr viel Psych auf einmal, geht ja an den wenigsten spurlos vorbei. Für mich ist vor allen Dingen wichtig, so das Erleben und Verhalten von Menschen besser zu verstehen. Das war immer so meine Passion, mein Interesse und meine Leidenschaft. Und das eben zu nutzen und zur Verfügung zu stellen für Menschen in schwierigen Situationen. Und ich bin jetzt hauptsächlich als Psychoonkologin tätig, eben auch bei der Berliner Krebsgesellschaft, um eben Menschen, die mit einer Krebsdiagnose in ein wirklich schwieriges Fahrwasser kommen, nicht nur die Betroffenen selbst, sondern eben auch die, die zu diesen Menschen gehören. Und dafür eben mein Wissen zur Verfügung zu stellen, wie man, Sie sagten es schon, so wenn man aus dem fällt, was man so kennt, an eigenen Prioritäten, Zielen und Lebensinhalten, da was zur Verfügung zu stellen, um Hilfestellung zu geben, Halt zu geben, aber auch so ein Stück neue Orientierung zu finden. Bei der Berliner Krebsgesellschaft geht Ihre Tätigkeit ja weit über die, ich sag mal, aus dem Krankenhaus hinaus, also komplett in den Alltag der Betroffenen hinein. Nehmen Sie uns doch mal bitte mit in so einen Alltag. Wie genau sieht das dann aus? Wie sieht so ein Arbeitstag bei Ihnen aus? Und vor allen Dingen auch, was geben Sie dann den Betroffenen mit an die Hand? Wie können Sie da unterstützen? Also wir beraten bei der Berliner Krebsgesellschaft. Wir sind eben eine Landeskrebsgesellschaft. Der Deutschen Krebsgesellschaft gibt es überall in Deutschland die Krebsberatungsstellen. Und was wir tagtäglich tun, ist eben mit einem Team aus SozialarbeiterInnen und PsychologInnen so ganz konkret Hilfestellung zu geben, wenn es um Anträge geht, wenn es um existenzielle Absicherung geht, also so auf der sozialrechtlichen Seite. Und auf der anderen Seite aber eben auch so als Gesprächspartner da zu sein für all das, was psychisch und seelisch los ist im Rahmen von so einer Diagnose, was auch Partnerschaft und Beziehung betrifft, was Familie betrifft. Und da ist es wirklich schön, dass wir in Deutschland mittlerweile ein durch die Krankenkassen teilfinanziertes Angebot machen können, was kostenlos nutzbar ist, fast flächendeckend verfügbar und eben für die kleinen und großen Fragen wirklich ansprechbar ist. Was ist denn meistens so die erste Frage, die Ihnen gestellt wird, wenn ich zu Ihnen komme? Ich würde mal sagen, dass das tatsächlich, also die Frage, die ich stelle als erstes ist, wie geht es Ihnen denn eigentlich gerade? Also viele bringen ja eine Geschichte mit von dem, was so in der Klinik los ist. Wir wissen, dass Kliniken aktuell und auch schon seit Längerem durch Personalknappheit manchmal wenig Zeit haben, um sich mit dem zu beschäftigen, was so über die ganz konkrete Krankenbehandlung hinausgeht. Und deshalb ist so meine erste Frage die, wie geht es Ihnen denn eigentlich gerade? Weil unser Ausgangspunkt immer der ist, wo steht denn der oder die, die zu uns kommt? Und das ist eben ganz individuell, das ist nie standardisiert, sondern das ist, ja, so wie unsere Leben eben unterschiedlich sind, so sind eben auch die Fragen unterschiedlich. Und ja, meine erste Aufgabe ist erst mal, jemanden kennen, den Menschen kennenzulernen, der da vor mir sitzt und eine Idee davon zu bekommen, wie ich jetzt mit dem, was ich weiß, da hilfreich sein kann. Frau Hangelstein, Sie haben die Diagnose Glioblastom letztes Jahr erhalten. Jetzt habe ich schon gelernt. Nummer eins, wie geht es Ihnen heute? Bitte wieder besser nach überstandener Corona. Oh je, also das tut uns leid zu hören. Aber nehmen Sie uns doch auch mal ein bisschen mit irgendwie in dieses letzte Jahr. Wie kam es zu dem Befund? Hatten Sie im Vorfeld Beschwerden? Ja, also die Beschwerden, die wahrscheinlich den meisten bekannt vorkommen werden, super starke Kopfschmerzen, dann begleitet von Schwindel. Und ich gehöre der Generation Kleinreden und doch alles nicht so schlimm an. Und es war am Ende meine Tochter, die mich persönlichkeitsverändert fand und den Krankenwagen gerufen hat. Und dann kam diese ja alles verändernde, sehr schwere Diagnose. Wie hat sich Ihr Leben seitdem verändert? Also Diagnose habe ich natürlich erst mal gar nicht so richtig verstanden, weil es wurde immer von einer Raumforderung gesprochen. Das ist ja ein sehr allgemeines Wort. Und als mir die Chirurgin erklärte, das wäre ein Glioblastom, habe ich in meiner ganzen Naivität gesagt, ist es gut, dass das kein Kratzinom ist. Darüber kann man heute natürlich ein bisschen lächeln, aber ich habe den Begriff noch nie gehört. Und war dann natürlich wie so viele andere erst mal auf mich selber und meine Recherchen angewiesen, um mich damit auseinanderzusetzen. Und dann, einfach mal ein Dank an dieses Team, kam ziemlich zügig gemeinsam gegen Glioblastom. Und das hat mir wirklich sehr geholfen. Das ist schön zu hören. Und ich höre da vor allen Dingen auch ganz deutlich wieder raus, das Thema haben wir auch immer wieder, diese Art Patientenkommunikation. Also, dass die andere Seite überhaupt mal versteht, wovon da überhaupt gesprochen wird. Dass man überhaupt erst mal nachvollziehen kann, was das jetzt alles bedeutet. Frau Ofner, Sie sind Angehörige. Ihre Tochter ist vor zwei Jahren, gerade mal mit 23 Jahren, an einem Hirnstammtumor verstorben. Wie war das für Sie und Ihre Familie, als Sie von dieser Diagnose erfahren haben? Konnte man das überhaupt glauben? Ja, genau. Das war zuerst Schock, weil wir sind eine gesunde Familie. Das hat überhaupt nicht Krebs. Das war so unfassbar. Und andererseits, ich weiß nicht, ob Sie das Sprechwort kennen, das Kind hat einen Namen. Es waren ja vorangegangene Symptome über ein halbes Jahr und wir wussten nicht, was los ist mit ihr. Das war auch bei ihr hauptsächlich Schwindel. Dann schon ein bisschen so verwaschene Sprache. Und dann, bis sie zu diesem MR-Befund gekommen ist, hat es urlange gedauert. Also sie ist wirklich von einem Arzt zum anderen. Und ja, dann, bumm, also die Diagnose hat eingeschlagen, dann mit einem Blitz. Und das hat so quasi ihre ganze Lebensplanung über den Haufen geworfen. Natürlich ist es immer ihre, unsere natürlich auch, weil sie wollte studieren. Und wir waren da irgendwie wie in so einem Spagat. Einerseits die Information natürlich, was ist das? Was machen wir jetzt? Und andererseits ist es das normale Familienleben, das ja weitergeht. Ich habe noch zwei jüngere Kinder, von der eine mitten in der Pubertät und schwierig ist, jetzt noch immer schwierig, und dann noch eine wesentlich jüngere Schwester, die war damals neun. Und es war dann schon so ein Spagat irgendwo und ich mittendrin, um mich zu organisieren. Was mache ich jetzt? Ja, also für mich, allein wenn ich ihm zuhöre, habe ich Gänsehaut. Natürlich ein ganz schlimmes Schicksal, was ihre Tochter da ereilt hat. Aber natürlich auch für sie als Familie, auch als Mutter. Ich stelle mir das vor, sie müssen den ganzen Laden da irgendwie zusammenhalten. Das meinte ich ja vorhin, in so einem Moment, wer denkt denn da an Lebenslust? Ich muss das nochmal sagen. Ja, da hat man ganz andere Probleme. Aber deswegen nehmen Sie uns bitte auch mit. Wie schafft man das denn dann überhaupt, in so einer Situation lebenslos zu behalten? Aber ich muss wirklich sagen, das war einfach die Rebecca an sich, also meine Tochter, die sowieso lebenslustig war, immer schon immer gut drauf und immer positiv. Und nach der Diagnose natürlich ist sie da gesessen und hat geweint und hat gesagt, naja, alle anderen gehen studieren und ich muss mir mit dieser Diagnose herumschlagen. Aber ich muss sagen, sie war gleich einmal, ich sage mal, auf diesem Dampfer, auf diesem Zug sozusagen, diesen Drive, den sie vorgegeben hat. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, das Einzige, was uns bleibt, ist, auf diesen Zug aufzuspringen und das mitzuschwingen. Ich weiß nicht, ob ich das klar ausdrücke. Also sie war einfach immer, ja, weiter, immer weiter, immer weiter hoch hinaus. Und sie hat so für die Umwelt gekämpft, sie war auf diese Fridays for Future Demos, dann hat sie irrsinnig gerne getanzt, Ballett, also alles, was möglich war. Und ich habe gesagt, das geht nur so, einfach mit ihr mitzutun sozusagen. Und das hat es dann irgendwie leichter gemacht. Also so hart sich das anhört, so viel Normalität wie möglich eben doch noch versuchen zu leben, soweit das eben möglich ist. Meine nächste Frage geht an Sie beide, an Frau Ofner und an Frau Hangelstein. Sind Sie jetzt aktuell in einer Therapie oder haben Sie vielleicht auch in der Vergangenheit psycho-onkologische Hilfe in Anspruch genommen? Weil ich frage mich tatsächlich, kann man sowas überhaupt alleine bewältigen? Soll ich gleich als erstes? Ja bitte, fangen Sie doch an, Frau Ofner. Relativ zu Beginn war das möglich bei uns über das Krankenhaus, dass ich psychologische Hilfe in Anspruch nehme. Aber das war irgendwie so nebenbei. Ich habe das da irgendwie angekreuzelt auf diesen Formalitäten und dann wurde ich gefragt, ob ich das möchte. Dann habe ich gesagt, na unbedingt, habe ich gesagt, besser jetzt sofort noch auf der Stelle. Und ich habe das in Anspruch genommen und auch noch ein ganzes Jahr, nachdem die Rebecca schon gestorben war, habe ich mich begleiten lassen, eigentlich schon in größeren Abständen. Und ich habe das wirklich gebraucht. Und die Rebecca war bei diesem Psycho-onkologen, ich glaube ein bis zwei Mal war sie dort. Und das hat ihr einfach so geholfen, was der gesagt hat, weil sie hat irgendwie gesagt, sie wollte mit ihren Freundinnen reden und um denen das halt beibringen, was los ist. Sie haben es aber nicht verstanden. Und der Psychotherapeut hat sich gesagt, sie müsste sich vorstellen, sie spricht jetzt eine andere Sprache. Und allein dieser Satz hat ihr geholfen, so für mich reicht es, ich gehe dort nicht mehr hin, ich brauche das nicht mehr aus. Also das war es dann. Einfach dieses, ja, das eine Satz, sie spricht eine andere Sprache und das war es dann. Aber ich habe es länger gebraucht. Mein Mann wollte überhaupt nicht. Ja, wie gesagt. Also inwieweit, ich bin gleich bei Ihnen fragen gestanden, inwieweit hat Ihnen das geholfen, diese psycho-onkologische Betreuung, Ihr Leben, Ihren Alltag wieder in den Griff zu bekommen, Frau Hofner? Ich weiß nicht, ich habe mich regelgerecht gefreut, immer auf diese Stunde mit dem Psychotherapeuten, ehrlich gesagt. Weil das war so, ja, weil es kann ja niemand verstehen, also das ganze Umfeld, also außer die ängste Familie, aber weil, wie geht es ihr? Sie schaut ja eh gesund aus, hat ja jeder gesagt, und ich habe das im Hinterkopf nicht. Einerseits habe ich mir gedacht, so quasi, ich gebe sie auf oder so. Natürlich war ein Fünkchen Hoffnung, ich habe immer geglaubt an ein Wunder, das bleibt nicht und das soll auch so sein, ich würde das nie jemandem absprechen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber doch, ja, das hat dort einfach den Platz gehört bei dem Psychotherapeuten, einfach das auszusprechen, wie es mir wirklich geht. Weil ich finde, das ist einfach zu schrecklich alles. Da kann man nicht wirklich, wie gesagt, außer im engsten Familienverband ist das möglich, solche Gespräche, aber außerhalb, ich finde es ganz schwer. weil es niemand wahrhaben kann, vor allem vom Alter her, und, na geht, das gibt es ja nicht, und da gibt es ja sicher irgendwas, ihr müsst euch da schlau machen. Also es wird mir teilweise jetzt noch gesagt, ich hätte ja nur auf Ärzte gehört und so, da wäre sicher was möglich gewesen. Also da muss man dann einfach Abstriche machen. Also ich habe sicher schon Leute verloren durch das, weil man denkt, das tue ich mir ganz einfach nicht an. Das geht nicht. Da muss man sich dann auf eine gesunde Art und Weise sicherlich abgrenzen. Ich höre daraus, dass Sie das anderen Patienten auf jeden Fall empfehlen würden, diese psycho-onkologische Betreuung in Anspruch zu nehmen. Frau Hangelstein, nehmen Sie uns mal mit, wie war oder ist das bei Ihnen? Ja, gerne. Da gibt es jetzt eine zweigeteilte Antwort. Also ich fand die Angebote der Psycho-Onkologie proaktiv und auch sehr hilfreich. Also hilfreich nicht nur für mich, sondern mein Sohn und meine Tochter haben sich im Zuge dieser Krankheit mal so gestritten, dass ich gedacht habe, wenn die jetzt ein Ehepaar wären, die würden sich jetzt scheiden. Und dann sind die gemeinsam zu der Psycho-Onkologin gegangen und das hat denen wirklich geholfen. Und darum bin ich natürlich unendlich dankbar für solche niedrigschwelligen Angebote. Ich selber bin bis heute in einer Verhaltenstherapie, freue mich auch immer auf die Gespräche, kann mit der Psychotherapeutin da auch so einiges abfedern, was man sonst vielleicht, und da bin ich ganz bei Frau Ofner mit der Familie, versuchen würde zu teilen, die das aber vielleicht auch gar nicht verstehen, weil ich ja auch ein bisschen eine andere Sprache spreche. Das funktioniert gut. Was nicht gut funktioniert und ich weiß nicht, ob wir mal ganz kurz mein Bild 1 einblenden können, ist Medikamentöses. Also ich bin diese Frau da im Keller und über mir ist mein altes Leben. So viel zur Erhaltung der Lebenslust. Und wenn wir mal mein Bild 2 kurz einblenden, dann sieht man, dass oben auf dem Dach eine medikamentöse Hilfe gelandet ist. Die Psycho-Onkologische gehört also nicht unbedingt aufs Dach. Ich fand die Niedrigschwelling, aber ich finde, es ist für Menschen mit einem Glioblastom eine gute Möglichkeit, sich auch medikamentös unterstützen zu lassen mit Stimmungsaufhellern. Und wenn man dann da in diesem Keller sitzt und hört, ja, da braucht man jetzt noch eine Psychologin und eine Psychiaterin, Entschuldigung, und sie verstehen selber überhaupt nicht, warum. Und es soll ja auch mit den Neuro-Onkologen dann noch abgesprochen werden, welches Medikament und so. Das fand ich wahnsinnig hochgehängt. Und mir persönlich hat das total geholfen. Also ein Stimmungsaufhellendes Mittel und was sich seitdem alles für wunderbare Dinge in meinem Leben noch mal ereignet haben und ich erlebt habe, dazu komme ich nachher noch. Aber das Mittel... Ja, auf jeden Fall der Plauder noch ein bisschen. Ich finde das ganz wichtig, dass Sie das auch mal ansprechen, dass man sich da auch tatsächlich Medikamentöshilfe holen kann und das dann auch sollte. Frau Dermaler, wie wichtig ist die psychische Gesundheit nach einer so schwerwiegenden Diagnose wie Hirntumor, wie Glioglastom? Ja, ich sage da erstmal vielen Dank für die Expertinnen so aus der betroffenen Perspektive. Ich glaube, an den Beispielen ist das sehr deutlich geworden, worum es geht und dass das aber immer ein Ringen ist, ein Ringen darum, nicht nur körperlich in guter Verfassung zu sein, sondern eben ein gleichermaßen Ringen psychisch und seelisch das zu verarbeiten, was eigentlich da gerade mit einem passiert. Und ich finde, Frau Offner, was Sie von Ihrer Tochter berichten, ist ja wirklich was ganz Beeindruckendes, was ihr da gelungen ist in Ihren jungen Jahren, so den Fokus auf das Positive zu lenken und dennoch ist eben, so wie Frau Hangelstein auch sagt, ist mentale Gesundheit ja nicht immer gut drauf sein. Also das kann Menschen gelingen, das kann eine Gabe sein oder auch ein persönlicher Stil, aber mentale und psychische Gesundheit bedeutet nicht immer gut drauf sein, das bedeutet auch nicht immer positiv denken, sondern das bedeutet eben flexibel mit dem umgehen zu können, was gerade da ist. Und Frau Offner hat es ja auch von ihrer Tochter berichtet, die dann erstmal auch geweint hat, die auch an den Stellen, wo sie sagt, hier komme ich nicht weiter, sich Unterstützung gesucht hat, dann damit auch wieder so ein Stück Weg weitergegangen ist. Und das ist so das Erleben aus meiner alltäglichen Praxis, dass es eben darum geht zu schauen, die Menschen bringen alle Ressourcen mit, die bringen vieles mit, lösen viele Dinge alleine. Dafür sind wir Menschen ja auch ausgelegt, auch schwierige Situationen zu bewältigen. Und trotzdem kann es total hilfreich sein, mit so einem unerschrockenen Gegenüber, der oder die nicht persönlich betroffen ist, das ein oder andere Mal zu diskutieren und dann wieder so einen nächsten Schritt zu gehen im eigenen Leben. Also ja, ich halte die mentale Gesundheit, deshalb ist ja auch die Psychoonkologie entstanden, für etwas ganz Wesentliches neben der körperlichen Gesundheit. Es ist immer ein Zusammenspiel und es bleibt aber immer ein Ringen. Ich würde da gerne noch ein bisschen konkreter einsteigen. Was ist denn aus Ihrer Sicht nach der Diagnose ganz besonders wichtig? Sie haben jetzt gerade so ein bisschen schon die Schritte skizziert, aber welche Schritte, die ersten Maßnahmen sollte ich unbedingt sofort unternehmen? Also ich fand, Frau Hangelschlein, ihr Bild, das Erste, was Sie gezeigt haben, hat mir total gut gefallen, weil das so plastisch und bildlich ausdrückt, was ich oft in den Gesprächen erlebe, so erst mal dieses Auseinanderfallen dessen, was gerade noch so wichtig war. Das, was gerade so meine Idee und mein Gedanke war. Und dass es eben nicht geht, an dem so rumzubasteln und hier mal noch eine Säule reinzustellen, sondern dass es wirklich darum geht, etwas Neues zu entwickeln. Und Sie fragen nach konkreten Schritten. Aus meiner Sicht ist der erste Schritt, sich um eine gute medizinische Versorgung zu kümmern. Das bedeutet, sich in einem Zentrum anzubinden, wo man weiß, hier bin ich gut versorgt. Ein Team zusammenzustellen aus professionellen Helfern und Helferinnen, aber eben auch so zu schauen, wer in meinem Freundes- und Familienkreis kann mich unterstützen und von wem muss ich vielleicht jetzt aktuell eher auch mich ein Stück zurückziehen. Und dann, glaube ich, kann so etwas passieren, wie baue ich denn mir eine neue Normalität auf? Was ist denn meine neue Normalität in diesem Leben, was so anders geworden ist? Frau Delmere, wir haben gerade ganz aktuell auch eine Frage reinbekommen. Die ist von Erik und sie geht an Sie. Er möchte gerne wissen, wo man mit der eigenen Ehefrau vorstellig werden könnte. Bei ihm sagt er, geht es demnächst zu Ende und seine Frau hat einige Probleme, damit fertig zu werden. Also wie man konkret zu uns an, wie man an Termine kommt, man ruft einfach bei einer Krebsberatungsstelle an. Wir haben seit Corona, haben wir und ich weiß jetzt nicht, ob es um Berlin geht oder um einen anderen Ort, haben aber alle Krebsberatungsstellen auch die Videoberatung ausgebaut. Das bedeutet, auch wenn es körperlich schwierig ist, zu uns in die Beratungsstelle zu kommen, können wir das telefonisch oder per Video machen. Und wir in so einem Fall, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig verstanden, würde ich empfehlen, erst mal zu zweit zu kommen oder zu zweit ein Gespräch zu führen. Und dann kann man schauen, wer braucht denn was. Manchmal ist es dann auch gut, nochmal ein Gespräch alleine zu führen. Da können wir uns sehr auf das einstellen, was am Bedürfnis und Bedarf da ist. Ja, in diesem Fall ging es um die Ehefrau. Deswegen, es geht ja auch um Angehörige und um Patienten. Also einfach, wenn ich das richtig verstanden habe, anrufen und sich einen Termin geben lassen. Frau Hangelstein, nehmen Sie uns doch mal mit. Wie war das bei Ihnen? Was waren Ihre ersten Schritte nach der Diagnose? Wie sind Sie vorgegangen? Wer oder was hat Ihnen vielleicht auch dabei geholfen, um überhaupt mal wieder Boden unter den Füßen zu bekommen? Ja, vielleicht ganz kurz mal ein Bild zwei, dass das hoffentlich visualisiert. Das Haus war nicht wieder aufzubauen, es musste ein neues aufgebaut werden. Und auch das hat natürlich irgendwo noch einen Keller, aber den sieht man jetzt nicht auf dem Bild. Also Fragen, Herr Stein, möchte ich an Ihrem Bild nochmal zeigen, falls das nicht angekommen ist. Das zweite. Erzählen Sie doch einfach mal weiter. Genau, ich erzähle einfach mal weiter. Das Bild wird ja sicher gleich kommen. Also das alte Haus und die alte Sabine Hangelstein ist untergegangen mit ihrem Geoplastrum. Aber das neue Haus ist auch schön. Und ich mag auch die neue Sabine. Die ist jetzt halt eine andere, die kann sich nicht mehr so viel merken und hat nicht mehr sieben Bälle in der Luft und braucht für alles ein bisschen länger. Aber ich konnte mir anhand von einigen Personen und eben auch Merkmalen da drum was aufbauen, was mir total geholfen hat. Und da links in dem Fenster stehen die GB Warriors, ich habe sie einfach so genannt, Menschen, die auch Glioblastome haben. Da gibt es so viele Vorbilder. Und wir sollten auch eins nicht vergessen als Betroffene. Ich hätte diese Menschen nie getroffen, wenn ich nicht ein Glioblastom hätte. Und das sind ganz, ganz wunderbare Menschen, voller Kraft und inspirierend. Hier natürlich einen besonderen Gruß an Ute, meine Vorkämpferin. Und ich fand das für mich total schön und wichtig, so jemanden zu haben, der schon weiter ist in der Krankheit und der mir manchmal auch den Kopf wäscht. Zum Beispiel, als ich so rumgeheult habe wegen meinem epileptischen Anfall, hat Ute gesagt, Sabine, wir haben alle epileptische Anfälle. Aufstehen, Krone richten, weiterlaufen. Und ich meine, mir hilft so eine Ansprache. Vielleicht nicht für jeden was, aber für mich war das total wunderbar. Und es lohnt sich, uns kennenzulernen, auch wenn wir vielleicht nicht die hohe Lebenserwartung haben anderer Menschen, die es sich lohnt, kennenzulernen. Aber uns untereinander zu kennen und ich versuche jetzt für meinen Teil auch ein bisschen was zurückzugeben. Und ich hatte am Anfang, ich habe mich ziemlich früh einem Hospizdienst angeschlossen. und am Anfang habe ich mich mit meinem Hospizbegleiter überlegt, wir könnten ja dann mal so ein bisschen helfen in Bezug auf Pflege und Rente und so, nachdem wir uns durch diesen Wahnsinn gearbeitet haben. Er stand immer an meiner Seite und hat diese Telefonate mit mir geführt und wir haben die nächsten Schritte besprochen. Aber das sehe ich jetzt eigentlich nicht als meine Passion. Ich bin da jetzt selber durch. Ich stelle mir vor, dass ich vielleicht eben noch auf eine andere Art und Weise etwas Positives in dieser Welt zurücklassen werde. Und das passt viel besser zu mir als streiten mit der Krankenkasse. Das macht mich nur akkrieg. Ja, Sie haben das schon gerade angesprochen, Ihr kleines Fenster, wo drinsteht Gelioblastom Hirntumor Warriors. Das haben Sie ins Leben gerufen. Worum geht es da genau? Genau, also die Leute, die mich näher kennen, werden sagen, das ist ja typisch Sabine. Ich konnte plötzlich joggen, weil ich durch die Chemo Gewicht verloren habe. Und dann habe ich gedacht, naja, aber wenn du jetzt zehn Kilometer im Wald joggst, wen interessiert das? Also habe ich gedacht, das muss was Großes her. Ja. Mir ist ja selten was groß genug und deshalb habe ich gedacht, man kann doch den Frankfurt-Marathon unterteilen in vier Teile, vier mal zehn Kilometer. Und da frage ich mal die Neuro-Onkos, ob die nicht Lust haben, den mit mir zu laufen. Wow. Dann habe ich erst mal den Veranstalter angerufen, habe gesagt, wie fändet ihr das? So Patienten, Neuro-Onkologen laufen gemeinsam den Frankfurt-Marathon. Und die so, oh, das ist so cool. Helfen, sag uns einfach, wo du Hilfe brauchst. Und ich so, ja, also im Moment gibt es nur eine Läuferin, aber das wird sich auch nicht ändern. Und dann habe ich die Neuro-Onkos gefragt und die haben gesagt, das ist ja cool und wir wissen auch noch eine Patientin. Und plötzlich stand der Plan, wir haben die Strecke jetzt zu viert aufgeteilt. Das ist nur das Probeshirt, aber es gibt ein Logo. Super. Ex-mann freundlicherweise gebastelt. Es gibt einen Sponsor, es gibt eine Anmeldung, es gibt ein Spendenkonto bei der Neuro-Onkologie der Universitätsklinik Frankfurt. Das auch schon befüllt wird, weil ich da jetzt eine richtige Kampagne draus gemacht habe. Ich kann ja nicht an dem 30.10., wenn der Lauf ist, mich bei allen bedanken und alle Shirts verteilen und 10 Kilometer laufen. Und darum habe ich da jetzt eine Kampagne draus gemacht. Und wir sind, seit ich diese Kampagne ins Leben gerufen habe, so schöne Sachen passiert und begegnet. Wundervoll. Zum Beispiel kriegen wir auf dem vierten Abschnitt eine Klatschgasse aus Rugby-Spielern in meinen Supporter-Shirts. Wow. Also da ist... Und wer möchte da nicht mal durchlaufen? Genau, da will jeder mal durchlaufen. Frau Hangerstein, wenn ich Ihnen so zuhöre, dann haben Sie für mich zum einen Ihr Schicksal tatsächlich angenommen und akzeptiert. Zum anderen scheinen Sie schon immer eine aktive Person gewesen zu sein und sind es jetzt wohl immer noch. Man könnte fast meinen, dass diese Aktivität mit Ihrer Diagnose konnte Sie gar nicht nehmen, genommen werden. Wie schaffen Sie das? Wie schaffen Sie, so durch den Alltag zu gehen? Ja, also die Sabine, die da in dem Keller saß, die hatte natürlich ein echtes Problem. Ich konnte nicht mal einen Brief von meiner Krankenkasse aufmachen, ohne dass meine Tochter mit der Hand die Hand hält. Aber jetzt befinde ich mich einfach in einer Phase meines Lebens, in der ich wirklich, wirklich privilegiert bin. Und zwar bin ich privilegiert in dem Sinne, dass es mir körperlich so gut geht. Und dadurch, dass ich jetzt das Wort Lebenslust ganz neu definiere, zum Beispiel, wenn man am Morgen aufsteht und keinen Kopf fährt. Das ist doch schon mal ein schöner Tag. Und wenn man in seiner Andacht gelesen hat, dass man schauen soll, ob nicht irgendwelche Geschenke links und rechts des Weges sind. Ja, Frau Ofner, ich würde da gerne bei Ihnen ganz konkret nachfragen. Ihre Tochter, die ja auch sehr stark war, die hat einen Leitfaden zum Umgang mit schwerkranken Personen und natürlich deren Angehörigen geschrieben. Können Sie uns da mal ein bisschen Einblicke gewinnen? Das wäre ganz toll. Ja, das ist eigentlich daraus entstanden, eben aus diesen Fragen immer, wie geht es dir? und Leute, die nicht verstehen wollten oder nicht können haben, also verstehen, also das irgendwie. Und da hat sie gesagt, na Mama, schick den einfach weiter, den Leitfaden, damit die Leute wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ja, und das war eigentlich für uns dann auch eher ein Leitfaden, so wie ich schon vorher gesagt habe, dass man dann auf dieses Boot oder auf diesen Zug aufspringt von ihr, dass das Leben, also sie hat immer gesagt, sie definiert sich nicht über die Erkrankung, sondern sie ist ja noch immer sie. und sie ist eh umsorgt, sie hat die Behandlung und das reicht ihr, aber eigentlich will sie leben und sie nicht mit dem auseinander, also das Gewicht nicht auf die Erkrankung geben. Also die Erkrankung war nie im Vordergrund, sagen wir so. Also sie hat eigentlich bis, also es war eigentlich gigantisch, also das war ja dann zu Beginn Corona, da war dann die Ballettstunde über Zoom, weil die kleine Schwester hat Ballett gemacht und sie ist noch immer gesessen auf der Bank und hat die Beinbewegungen mitgemacht oder was halt irgendwie, was noch gegangen ist, ja, bis dann irgendwann gesagt hat, Mama, es geht nicht mehr und dreh ab oder so, ja. Aber bis zum Schluss ist sie noch mit einem Stressball gesessen und hat noch irgendwie noch alles versucht zu mobilisieren und also, also unglaublich. Diesen Leitfaden, kann man den irgendwo einsehen oder kann man an den rankommen, dass man diese, sag ich mal, Tipps vielleicht an andere weitergibt? Ich meine, wenn Sie möchten, kann ich noch einmal vorlesen, aber auf der Seite von Gemeinsam gegen Glioplaston bei diesem Video ist er ganz zum Schluss auch in Getrochterform. Ah, das ist doch sehr schön. Dann kann man da vielleicht nachher reinklicken. Ich finde es auf jeden Fall sensationell, dass Ihre Tochter das gemacht hat. Sie haben zusammen mit Ihrem Mann Ihre Tochter zu Hause bis zum Schluss gepflegt. Wie haben Sie diese Zeit empfunden und muss man sagen, wie wertvoll war diese Phase vielleicht auch für Sie? War das eine ganz bewusste Entscheidung, dass die Tochter zu Hause bleibt? Eigentlich, ich habe immer gesagt, ich bin in die Pflege hineingefallen. Es hört sich wirklich so komisch an. Sie wollte unbedingt zu Hause sein natürlich und ich habe gesagt, so wie es für mich machbar ist, wird das möglich sein. Aber ich hätte keinen Grund gesehen, sie in ein Spital zu geben oder so. weil sie einfach so eigentlich nichts gebraucht hat. Das war für mich, also mein Mann war im Homeoffice zuerst und ich war freigespielt von der Arbeit und leines Tages so wie er an die Tür kloppt, sag ich, Herr Offner, bitte, geh in den Krankenstand, du musst mir helfen. Und da haben wir dann schon den Rollstuhl gebraucht, damit er mir einfach, der hat ihm gesagt, bitte sag mir, was ich tun soll, weil er war so unbeholfen und das war für mich eine neue Erfahrung, dass ich quasi das Ruder in der Hand habe und all das mir angeschaut, was machen wir jetzt, was ist los, was tun wir als nächstes. Und zum Schluss hin, es ist halt einfach jeden Tag einfach wahnsinnig viel schlechter geworden. Es hat auch nicht viel zum Überlegen gegeben. Also auch mit den Behelfsmitteln, also wichtig habe ich halt ganz wichtig gefunden zum Schluss, also den Malarzt, den ich mir organisiert habe, also dass der war für mich dann telefonisch erreichbar, das war für mich ganz wichtig. Der ist natürlich einmal gekommen, hat sich den Stand der Dinge angeschaut und mir war das einfach wichtig, dass wenn was ist, dass ich wenn man erreichen kann. Und ich habe es eigentlich nicht gebraucht, muss ich sagen. Frau Offner, wie sieht denn Ihr Leben heute aus? Es geht ja auch um das Thema Lebenslust, woraus Schöpfen sie kraft. Wie ist überhaupt Ihre Lebenslust zurückgekommen? Weil Sie haben ja Unglaubliches geleistet da in diesem letzten Jahr. Das kann häufig ein Mensch allein gar nicht bewältigen. Also ich halte mich wirklich so an das, ich weiß nicht, ob Sie das Lied Hochkennen von Tim Benzko, das war für meine Tochter war das Lied einfach der Hit und sie hat das auch bis zum Schluss das Video eingeschalten und hat so mit den Händen so herumgewackelt und da war ich auch so ein Part, immer weiter hoch hinaus, auch wenn wir schon weit gekommen sind, immer weiter hoch hinaus. Und das nehme ich mir eigentlich als Leidsfahren jetzt für meinen Persönlichen. Also nicht um mich jammern, einfach weitermachen, einfach trotzdem weitermachen. Es ist, jetzt ist es halt so, also wirklich die ganzen tiefsinnigen Gespräche, wo ich dann halt auch traurig bin natürlich, die habe ich nur mit meinem Mann, weil das ist der Einzige, der mit der besten Freundin, das sind die Einzigen zu einem Menschen, mit denen ich das halt bereden kann und dann geht es wieder. Aber grundsätzlich, meine jüngste Tochter natürlich ist die eine, die immer weiter treibt, weil die war immer, die war ja auch dabei sozusagen, weil die Rebecca hat im Mondsimmer so ein Bett gehabt und sie war eigentlich immer im Geschehen, im Mittelpunkt, also wenn gekocht worden ist, gespielt und sie gibt mir auch sehr viel Kraft, muss ich sagen. Und das auch, das weitermachen. Frau Hangerstein hat sich gerade ganz artig gemeldet. Ja, weil ich einfach das, was Elisabeth erzählt hat, dass Rebecca gesagt hat, auch einen wichtigen Punkt finde, den ich gerne vielleicht allen da draußen mitgeben dürfte, möchte dieses, es gibt ja diese beiden Gassenhauer, I will survive, aber I am what I am, das ist eigentlich der Song. Und zudem habe ich heute schon getanzt, lief in Radio Vorarlberg, weil ich gedacht habe, I am what I am. Es ist total wichtig, jetzt für mich zu akzeptieren oder wie Rebecca das eben auch gemacht, zu sagen, das bin jetzt eben ich. Frau Delmarle, mentale Gesundheit rückt sowieso immer mehr in die öffentliche Wahrnehmung. Wie sehen Sie das bei der Entwicklung hinsichtlich Psycho-Onkologie? Ist das da genauso? Ich glaube, für die Psycho-Onkologie war es ja schon immer Dreh- und Angelpunkt, sich eben um die psychische Stabilität, mentale Gesundheit, wie auch immer man das nennen will, zu kümmern und dafür so auch die Fahne hochzuhalten. Also neben dem ganzen körperlichen, die Medizin ist oft sehr, braucht viel Zeit, viele Betroffene berichten, sehr, sehr viele Termine zu haben. Sich so um den Körper zu kümmern, ist ganz schön aufwendige Arbeit, auch während einer Krebserkrankung. Und ich glaube, dass die Psycho-Onkologie ein Angebot machen kann, eben so, dass sich auch um die Seele, um die Psyche, um das, was eben zu verarbeiten ist, eben auch einen Raum zu schaffen, Zeit zu schaffen, um sich das auch anzuschauen und daraus vielleicht gestärkt auch rauszugehen. Ich glaube, dass unser Kurse- und Gruppenangebot beispielsweise so ein Angebot ist, um auch mit Achtsamkeit, Yoga, mit Entspannungsübungen, sich auch dem, ja, darauf zu achten, so wie gehe ich denn auch durch diese Phase so durch. Und wir haben jetzt zwei Beispiele von Betroffenen, denen das wahnsinnig, ja, mit sehr viel Kraft gelungen ist, da auch gute Wege zu finden. Aber natürlich, und das ist mir auch wichtig zu sagen, ist das nicht für jeden und in jeder Situation so, wenn auch andere Probleme, Herausforderungen, das Leben vielleicht noch schwieriger machen. Und, ja, es ist auf jeden Fall die Zeit wert, und ich kann das nur unterstützen und empfehlen, sich dann eben auch Hilfestellung zu suchen. Und man muss dafür nicht psychisch krank, psychisch gestört, psychisch auffällig sein, sondern Psychoonkologie setzt genau da an, wo die Belastung ist. Und sie brauchen dafür gar kein, können auch ohne Problem erst mal zu uns kommen und sagen, ich will mich mal beraten lassen, ich will mal schauen, ich will eine Idee davon kriegen, wie ich das eben auch integrieren kann. Bei allem, ich sage mal, Lebenswillen und ich muss weitermachen und wie komme ich auch wieder zurück zu meiner Lebenslust. Frau Demmerle, wie wichtig ist es in so einer Situation auch über den Tod zu sprechen? Auch das kann ich nicht standardisiert beantworten, sondern muss individuell betrachtet zu werden. Ich halte es, oder aus meiner Erfahrung, ist es für viele wahnsinnig, erleichternd, das mal mit jemandem auszusprechen und über die Ängste, die das Sterben und den Tod angehen, sich mit jemandem auszutauschen, der eben nicht erschrocken sofort, wie Frau Offner das ja auch sagt, der sagt, ach, jetzt hör auf, das wird schon und du musst positiv denken und jetzt red mal nicht sowas, sondern der einfach da ist und zuhört und sagt, das kann ich aber tatsächlich, ich kann das gut verstehen. Ich kann das nachvollziehen und sich mit dem wirklich mal hinzuwenden, was diese Angst vor dem Tod und von dem Sterben auch ausmacht. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die wissen auch, dass vielleicht ihr Leben bedroht ist und dass das die Lebenserwartung vielleicht verkürzt ist, müssen da aber nicht immer hinschauen, um das, was sie nämlich haben, das Leben, was heute da ist und morgen da ist, genießen zu können. Also ich würde sagen, es ist unterschiedlich, für viele ist es aber eher eine Entlastung, das auch mal zum Thema machen zu können. Frau Hangelstein, wie ist das bei Ihnen? Haben Sie schon über den Tod gesprochen mit jemandem? Ja, also die Sabine im Keller hat Kontakt zu einem Hospizdienst aufgenommen und das hat mir total geholfen. Also nicht nur diese Hospizbegleitung jetzt durch die alltäglichen Tätigkeiten, sondern auch in Bezug auf eine Seelsorgerin, die mir da in so einer Art Early Integration zur Seite steht, mit der ich auch über theologische Themen sprechen kann. Denn wie so viele Menschen in einer Notlage habe gerade ich auch zum Glauben zurückgefunden. In dem Fall katholisch, das ist auch nicht leicht. Aber ich bin eben auch so sozialisiert und mir hat das total gut getan. Mal abgesehen davon, dass ich davor mein Testament und alles gemacht habe und alle Ordner ausgemistet und so, aber das war sehr belastend. Diese Gespräche mit der Seelsorgerin tun mir sehr gut. Frau Ochner, wie war das bei Ihrer Tochter? Wollte Ihre Tochter über den Tod sprechen? Einmal kann ich mich erinnern, habe ich sie gefragt, ob sie Angst hat vor dem Sterben und so und sie hat gelacht und hat gesagt, nur soll ich? Sie war so lustig und also ihr war ganz wichtig, ich weiß nicht, ob ich das an dieser Stelle so sagen kann, über die Beerdigung an sich. Also wir haben dann später gefunden, sie hat uns nicht gesagt, sie hat eine Playlist gehabt für das Begräbnis und ihr Wunsch war, dass ihr Sarg gezogen wird von Pferden, weil sie war ja ausgebildete Pferdewirtin und sie hat gesagt, nein, am liebsten wären ihr diese Rappen, also das Schwarze. Und ich konnte ihr es noch sagen, habe ich gesagt, das schaut gut aus, das wird was. Und das war dann wirklich so, dass sie wirklich gezogen worden ist von zwei schwarzen Pferden und das war für mich dann auch, dass ich ihr den Wunsch praktisch ermöglicht habe. Und es war ja schon wichtig, es war ja zum Beispiel auch, das hört sich so arg an, aber auch, wo sie begraben wird, weil wir sind ja noch eine relativ junge Familie, wir haben uns da außerhalb von meinem Heimatort niedergesettelt, sage ich jetzt mal, es hat kein Grab nicht gegeben und sie hat sich das ausgesucht in einem Waldfriedhof, eine Stelle, und hat gesagt, Mama, da gefällt es mir, hat sie gesagt. Und das ist ein Soldat. Und jedes Mal, wenn ich dort hingehe und diese Waldidylle und über ihr Grab legt sich so eine Eibe mit den Ästen und die Eichkätzchen hüpfen herum und holen sich die Nüsse und das Vogel zwitschern. Und das war so in ihrem Interesse und ist einfach ein schöner Ort, wo ich gerne hingehe und an sie denke und wir haben auch schon Geburtstag gefeiert, dort ihren 25. mit ihren Kuchen und mit ihrem Lieblingslied, das haben wir gesessen. Und ja, und, und, ja. Das ist eine schöne Geschichte, so traurig es ist, aber die Sie da erzählen, dass Sie einen Ort gefunden haben, mit der Sie die eigene Tochter ausrühren, wo Sie auch gerne hingehen. Das finde ich ganz toll. Frau Demmerle, was würden Sie sich zukünftig als Psycho-Onkologin für Krebspatienten wünschen? Ja, also neben allem, was wir so inhaltlich besprochen haben, beantworte ich die Frage mal strukturell. Also auch bei allem, was so in den letzten Jahren gelungen ist an besserer Versorgung, auch psychoonkologischer Versorgung von Betroffenen, würde ich mir wünschen, dass es bessere Versorgungskonzepte gibt für die Behandlung zwischen dem stationären und dem ambulanten Setting, dass Betroffene mehr Hilfestellung bekommen, mehr Orientierung und sich weniger um Organisation und Administration kümmern müssen. Meine Erfahrung ist, dass es einen wirklich großen Anteil der Kraft und Energie in Anspruch nimmt, sich allein darum zu kümmern, Behandlungen zu bekommen. Und das liegt nicht an den behandelnden Ärztinnen und Ärzten, gar nicht, sondern es liegt tatsächlich, es sind strukturelle Themen. Und da wünschte ich mir eine größere Öffnung des Sektors zwischen stationär und ambulant. Also auch ganz klar kann man ruhig deutlich mal aussprechen, das System ist hier auch gefragt, die Politik ist hier gefragt, das ganze Gesundheitswesen ist hier gefragt. Das kann man gar nicht oft genug betonen. Abschließend würde ich Sie alle gerne noch mal fragen, weil es ist eingangs, wie ich das gesagt habe, eine Veranstaltung für Sie, für Patienten und Ihre Angehörigen und jetzt haben Sie natürlich die Chance, unseren Zuschauern noch mal was mit auf den Weg zu geben als Fazit, das finde ich immer ganz schön, ja, zum Thema Lebenslust. Was ist das Wichtigste, dass ich diese erhalten oder eventuell auch zurückerlangen kann? Was sind Ihre Top-3-Tipps? Wir fangen an mit Frau Hangelstein. Also, den meisten habe ich ja schon gesagt, darum ist es immer gut, wenn man wiederholt, dann bleibt es auch hängen. Genau. Sich zu vernetzen mit Menschen, die in diesem Prozess schon weiter sind. Es lohnt sich, uns kennenzulernen. Und dann diese leichtere Zugänglichkeit von medikamentöser Unterstützung. Das wäre für mich eben auch so etwas, wo das System ein bisschen krankt, dass man plötzlich sagt, ja, aber da muss jetzt dann eine Psychiaterin her. Ich kenne aber keine Psychiaterin. Und das Dritte ist, es, wie es die Abwärtsspiralen gibt, kann sich auch eine Aufwärtsspirale in Gang setzen. Und ich fand schon, das mit zunehmendem psychischen Wohlbefinden auch physisch sich mehr ergeben hat und mehr Aktivität da war. Und das könnte sich dann auch wieder auf die Psyche auswirken. Also physisch und Psyche können auch Hand in Hand gehen. Und drum nochmal den kleinen Hinweis, wer Lust hat, in seiner Stadt auch so ein so ein Hirntumor Warriors Marathon zu organisieren. Gerne über gemeinsam gegen Glioblastom an mich wenden. Ich habe schon ganz viel vorbereitet. Es gibt tolle Flyer, es gibt ein Logo, es gibt Supporter-Shirts, Runner-Tricos. Es gibt mal einen Rugby-Spieler. Es gibt in jeder Stadt einen Rugby-Club, also München wäre so die nächste Idee übrigens, weil da spielt mein Sohn, der alte Überläufer aus Frankfurt. Und es gibt eben auch diesen Sponsor, den ich gefunden habe, der mir das alles freundlicherweise finanziell unterstützt. Ich glaube, die sind deutschlandweit und wenn ich die frage, würden die das vielleicht in einer anderen Stadt auch sponsoren? Ja, und mein Spendenziel ist 50.000 Euro Kleiner ist nicht so mein Ding. Mal schauen, ob ich es schaffe. Ich bin mir ganz sicher. Frau Ofner, was sind Ihre Tipps, die Sie noch mal gerne mit auf den Weg geben würden? Trotz der schlimmen Diagnose sich nicht einschüchtern lassen und weitermachen. Ganz wichtig, also zu definieren, wen hole ich ins Boot? Also wirklich, wer gibt mir Ressourcen, wer gibt mir Kraft? Dann zu Beginn der Diagnose diese rechtlichen Dinge auch klären, mit Patientenverfügung, das Ganze drumherum, um sich dann wieder dem Leben zu widmen, sage ich jetzt einmal. Und ich finde einfach, der Betroffene hat das Sagen, dass man einfach mitschwingt, weil ich finde, das ist das Einzige, was man heute noch geben kann. Und ich finde, dass der Betroffene ist einfach der König, die Königin, die hat das Sagen und genau. Und alles machen, was möglich ist. Frau Demerle, Sie haben das Schlusswort. Ja, zu dem Schlusswort gehört auf jeden Fall ein vielen Dank an das, was ich heute hier auch erfahren durfte. Dankeschön. Und ich würde nur ergänzen zu dem, was gesagt wurde, dass aus meiner Sicht so der wichtigste Punkt ist, sich die Erlaubnis zu geben, alle Gefühle zu fühlen, die eben da sind. So keine Angst auch vor großen Gefühlen und so die Bereitschaft und den Mut auch, sich Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner zu suchen, die sich unerschrocken auch mit ins schwierige Gelände wagen und da so den eigenen Weg zu finden, gerne auch mit Unterstützung und immer so Schritt für Schritt zu schauen, wie kann ich denn heute diesen Tag, wo in meinem Körper ja vielleicht auch vieles gesund ist, neben dem, was vielleicht auch eingeschränkt ist, wie kann ich denn diesen Tag für mich gut nutzen und das kann auch mal ein Tag sein unter der Bettdecke, das kann auch mal ein Tag sein, wo eben gar nichts geht und am nächsten Tag geht vielleicht wieder ein bisschen mehr. Frau Demmerle, wir haben zum Schluss noch eine sehr schöne Frage reinbekommen, ich verstehe sie tatsächlich eher rhetorisch, denn ich denke, sie werden ja sagen und zwar Christine Rieken schreibt uns, liebe Frau Demmerle, ich möchte in München eine Selbsthilfegruppe gründen, darf ich auf sie zukommen? Gerne, ja, also ich, genau, gerne, ich sage einfach, ja. Super, ich würde mich an dieser Stelle auch bei Ihnen bedanken, Frau Hangelstein, Frau Ofner, dass Sie ja so offen Ihre Geschichte, Ihr Schicksal mit uns geteilt haben, dass Sie uns auch so viel an die Hand gegeben haben, Frau Demmerle, bei Ihnen das Ganze natürlich aus Expertensicht, also das war ein ganz tolles und informatives und sehr hilfreiches Auftaktpanel, vielen herzlichen Dank.